Guten Abend beim Wetter. Gewitter und Regenschauer waren heute in einigen Landesteilen unterwegs. Am meisten hat es in Bernstein, in Burgenland geregnet und aktuell sind noch ein paar Regenschauer in Kärnten unterwegs. Die roten Punkte sind die aktuellen Blitze. Mal sehen, wie es morgen am Freitag weitergeht. Da schiebt sich nämlich von Westen ein Hoch herein. In Vorarlberg und in Tirol ist es die meiste Zeit sonnig, aber im restlichen Teil des Landes sind Gewitter und Regenschauer unterwegs. Und diese Gewitter können wieder zum Teil heftig ausfallen. Die Temperaturen unterschiedlich. Im Westen ist es sommerlich warm und hier ist es weiterhin recht mild im Osten. Und dieses Hoch breitet sich dann am Samstag aus. Es ist überwiegend sonnig und auch am Sonntag ist es hochsommerlich von den Temperaturen her. Nur am Nachmittag sind dann im Bergland und im Süden ein paar Regenschauer und Gewitter möglich. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend.